Habe ich dir schon mal gesagt, dass die Definition von Wahnsinn ist? Wahnsinn ist, wenn man exakt dieselbe Scheiße immer und immer wieder macht. Und erwartet, dass sich was ändert. Das ist irre. Aber das erste Mal, als ich das hörte, echt, ich dachte, der verarscht mich. Boom, abgeknallt. Und das Ding ist, okay, er hatte recht. Und dann habe ich es plötzlich überall gesehen. Überall waren sie, diese blöden Pisse. Überall sah ich, wie sie exakt denselben Scheiß wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder machten. Und dachten, dieses Mal wird es anders laufen. Nein, 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 bitte. Dieses Mal wird es anders laufen. Es tut mir leid, aber mir gefällt nicht. Wie? Du mich anglotzt. Okay? Hast du ein beschissendes Problem in Ende? Und glaubst du, ich verarsch? Ich glaubst du, ich lüge? Fick dich! Okay? Fick dich! Oh gut, Mann. Ich chill, Mann. Ich beruhige mich. Die Sache ist, okay? Die Sache ist getötet. Habe ich dich schon mal. Und verrückt bin ich sicher nicht. Natürlich nicht. Es ist wie Wasser unter einer Brücke. Ich habe dir schon mal gesagt, was Wahnsinn ist. Oh, scheiße. Oh, fick dich! Okay, what the fuck? Da dürfen wir auf jeden Fall nicht mehr nach oben schwimmen. Das schaffen wir auch gar nicht. Alter! Nein, fuck! Dammit, 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 dammit. Ja, äh. Was war anders geplant? Chris! Moment, der hat auch Munition dabei. Okay, ähm. Hallo? So. Ey, warum haben die alle so wenig Schuss? Der Helikopter. Sie sicher die anderen Krieger hinterher. Holy shit! Oh, wie viel Gegner? Nein! Dammit! Dammit, dammit, dammit! Oh, fuck! Nein, lass mich, lass mich! Boah, es ist ein Sniper! Mist! What? Was mache ich hier eigentlich? Hältet ihn! Okay, okay. Raketenwerfer, alles klar, alles klar, alles klar. Verpiss dich, Sniper. Scheiße. Okay, ähm. Ja. Einen Scheiß probierst du. Verpiss dich, du blöder Sniper. Boah. Hallo? Kann ich auch mal ein bisschen ausschnaufen? Ausschnaufen? Ja, ihr wisst, was ich weiß. Deine Verschnaustpause nehmen. Oh, keine Mission mehr. Scheiße. Äh, okay, 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 okay. Äh, dammit, das läuft gerade alles irgendwie ein bisschen scheiße. Schnell ins Wasser. Oh, komm! Springen! Scheiße! Oh Gott! Ernsthaft? Ich bin zu wenig Munition, werfen nämlich vor so viel Gegner. Hm, okay. Sehr schön, jetzt kann ich mich wenigstens hier nach vorwärts sterfen. Und schweiß ich nicht mehr in den Land. Soll dir der Hölle schworen mit allen, die er auch wohnt. Leck mich, dieser Krieger nimmt er nicht mit. Okay. Er ahnt noch immer nichts. Ist ja auch klar. Oh, das ist noch ein... Das sind zwei. Dreh dich nicht um! Was für ein Blutbad. Oh Gott. Okay. Wunderbar. Lederbrieftasche. Ah, was ist denn für einen leeren Blut... Oh! Alter Schwede. Okay. Wuhu! Also ein bisschen Munition einsammeln. Passt. Hallo. Lipp auf. Dann halt nicht. Vielleicht jetzt. Nein. Schade. Okay, machen wir das. Jetzt sag ich erstmal alle markieren. Richtig. Da oben ist noch einer. Da ist noch einer. Da, okay. Ah, da war unser Hang. Das können doch nicht schon alle gewesen sein. Das war noch viel mehr. Auch wenn das klar ist, weil wir Alarm ausgelöst haben. Und am Ende sind alle auf uns losgegangen. Tatsache. Scheinbar sind es nicht mehr. Ich würde sagen, zuerst gehen wir auf den Sniper. Und dann, ja. Sehen wir einfach, was wir noch so machen können. Okay. Okay. No, Sir. Okay. Okay, okay. Shit. Habe ich mir das gedacht? Wie habe ich mir das gedacht? Okay, wenn der Trip das nächste Mal irgendwie... Naja, nicht tun schaut. Was der auch die ganze Zeit irgendwie nicht macht. Jetzt. So. Na, das, was ich nicht sieht. Ich kann jetzt aufhören. Alter, ersthaft. Dreh dich um. Das dürfte reichen, so. Was? Wow. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Piss dich. Verschwinde. Damn it. Der hat dich gar nicht beachtet. Geht doch. So. So. Nummer 1 Was ist das denn? Egal, es sieht auf jeden Fall nice aus Ne Ne Die werden wir nachher sowieso Alle im Nahkampf fertig machen müssen Nein, wie weit läufst du noch? Da war irgendwo gerade ein Laserpointer Das gefällt mir nicht Okay Wir können im Prinzip auch einfach An den vorbei rennen Aber hier war irgendwo ein Laserpointer Okay Wir werden einfach Wollte mal uns anfangen Shit Shit Ach Mist Okay Fuck it Ach ernsthaft So oft geschissen Einfach rein da Äh, irgendwie Na, wunderbar Bevor der jetzt abhebt Nein Scheiße Och Mann Alter Fick dich doch Fick dich doch Stürb doch einfach mal Geht doch Okay, okay, okay Okay, jetzt nicht sterben Jetzt nicht sterben Nicht sterben Okay, sehr gut Stell dir nach hinten rennen Oh, komm, komm, komm Nein, dich Ah, okay Okay Gut Langsam alle ausschalten Das heißt langsam Verlässt mich schnell Was? Puckets Puckets Damn, ich hab keine Munition mehr Überhaupt nichts Ach Mann So, okay Ach von der anderen Seite Deh ich es machen könnte Oder was Ach Mann Oh Äh Du driffst nicht Ich hätte ihn gar nicht treffen können Bestimmt Ich habe ein ganz ungutes Gefühl. Das wird langsam nervig. Was? Was? Er hat uns erschossen, also angeschossen. Was geht? Okay, jetzt bin ich... Keine Ahnung, ich weiß nicht was ich sagen soll. Ich bin sprachlos. Was sind wir? Oh, shit, shit. Okay. Bäh! Alter, was geht? Gut, dass es zu dunkel ist. Ey, wie ekelhaft. Fuck! Ich bin überhaupt ein bisschen schmutzig. Oh, ho, 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 ho. Das Glück ist mit dir, mein Freund. Wer ist dafür verantwortlich? Was? Und zwar zur Feier deines Todes. Das war mir eine Show für heute. Ich bin längst noch nicht tot. Sag sie drei, ich komme. Okay, ich sag sie sofort. Okay, verlasse das Massengrab. Ich muss mein Zeug von den Piraten zurückholen. Das waren... Das sah nach viel mehr Leichen aus. Naja, okay. So. Ja, richtig, wir werden einfach rein spazieren, so ganz ohne Waffen. Und uns das schön wiederholen. Äh, okay, was soll ich mit der Mine? Äh, okay. Ich habe wahrscheinlich gerade irgendwie nicht aufgepasst Und für irgendwas wichtiges Habe ich die Mine gebraucht Ich habe nur mitbekommen Dass wir unsere Ausrüstung wiederholen müssen Ah ok, das ist also eine Granate Sehr interessant Was ist das denn für ein Ding? Eine Leuchtpistole, ok Scheiße, kenne ich den? Ach Mist You fucking dumbass Wo bist du? Wieso habe ich das Gefühl, dass unser Zeug Du kommst mir nicht davon, Weißbrot Du bist sehr viel Geld wert, Weißbrot Du brennst Stürmverdammt Und Ja ok, das war's schon Oh Oh Ok Telefon Hallo Schießen Ich muss dich warnen Was ist ein großer Krieger Aber Hoyt ist wie ein Dämon Viele Rackjagen haben seine Insel angegriffen Niemand kommt zurück Einer nach dem anderen, Dennis Erst Was, dann Hoyt Was du mir da sagst, ist unmöglich Das könnte nicht mal ich Wie war das Sprichwort, Dennis? Für alles gibt es ein erstes Mal Große Worte Aber der Doktor meinte, das Boot ist fast fertig Du wirst bald aufbrechen Oh ja Also ich habe mir was falsch verstanden Von wegen, das Boot ist bald fertig Und nicht, das Boot ist schon fertig So Und wie es weitergeht Das Kann ich speichern Ja Das sehen wir in der nächsten Folge